Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Wir sind ja eigentlich fertig mit der Kampagne. Ich muss leider sagen, ich habe zwei Parts komplett wegschmeißen müssen, weil der Ton einfach weg war. Deshalb bin ich jetzt hier gerade in der Gesamtsynchronisitätsübersicht. Wir haben natürlich Einzelspieler-Missionen, die wir nicht voll abgeschlossen haben. Hat damit zu tun, die Bonus-Ziele nicht erfüllt zu haben. Und wir haben natürlich noch einen Haufen Koop-Missionen vor uns. Da habe ich mir gedacht, wir werden die Koop-Missionen jetzt durchziehen. Da könnte man natürlich auch 100% etc. kriegen. Schauen wir mal gerade. Wir werden einfach von oben nach unten alle nochmal durchgehen und dann schauen wir, wie viel wir fertig kriegen davon. Hauptsache wir haben jedes Spiel einmal im LP drin gehabt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir in der letzten Folge es werden Köpferäuern noch hatten. Aber ich glaube nicht, weil ich habe da glaube ich noch nicht angefangen mit den Koop-Missionen. Man sieht, ich habe das eine oder andere schon mal hier angespielt gehabt. Wir werden auch vor allem, wenn nur zwei Spieler benötigt werden, diese auch privat alleine spielen. Weil das kriegt man normalerweise gut hin. Dafür braucht man keinen zweiten Mann. Pah. Hm, mein Stuhl hat geknarrt. Das gute Leder. Ich freue mich schon auf den Sommer. Der Verdächtigen hat eine Massenhysterie ausgelöst. Ein falsches Wort und man war ein toter Staatsfeind. Bürger. Es gab ein Irrtum. Ich bin kein Royalist. Doch. Ihr wurdet alle von euren Mitbürgern als Feinde der Freiheit angezeigt. Ich habe Informationen für Robespierre. Bürger Robespierre. Es gibt Feinde in unserer Mitte. Fédier Paton. Ein Patriot, der zum Superspion wurde. Waren wir nur einen Tyrannen durch den anderen ersetzt? Ja, das hat er. Paton schlug ein wenig über die Stränge. Er radierte hunderte Pariser aus. Kein Verbrechen war zu gering. Er war ein so guter Schnüffler, dass er mehr fand, als gut für ihn war. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Den Templer-Orden. Und ihr könnt diese Bürger identifizieren? Viele, ja. Sie stehen nicht treu zu Frankreich. Ich fürchte, sie kontrollieren sogar Mitglieder der Regierung. Wachen! Ihr seid wahrlich ein sehr geschickter Spion, Paton. Vielleicht zugeschickt. Verhaftet den Verräter! Das könnt ihr nicht tun! Nein! Seht, welches Schicksal all jenen Blüte ihre Mitbürger verraten! Paton kennt wertvolle Templer-Geheimnisse. Und tot nützt er den Assassinen nichts. Findet das Notizbuch und dann rettet ihn. Patons Notizbuch ist ein Hues-Hu des Templer-Ordens. Ihr müsst es besorgen, bevor es vernichtet wird. Der Vordereingang wird ziemlich gut bewacht. Vielleicht solltet ihr nach Assassinenart heimlich eindringen. Äh, natürlich. Machen wir ja auch. Wir klettern einfach irgendwo außen hoch und alles wird gut. Ah, da vorne sind aber ziemlich viele. Da unten das Fenster ist auch nicht offen, oder? Doch, anscheinend schon. Na. So, genau. Geh mal hier rein. Upsala. Einmal kurz gehangen. Was ist mit dir? Kommst du um die Ecke oder lässt es bleiben? Eine Etage höher ist der nette Herr. Äh, ja. Hüpf überall rum. Mal, wenn die Wache hier so doof steht. Wisst ihr, was passiert ist? Der ist in den Rhein gehüpft. Egal. Ich bin auch schon wieder weg. Oh, oh, oh. Vorsicht. Genau, geh mal ein bisschen radikaler vor. Vor allem, wir erinnern uns an dieses Schloss hier noch. Hier bin ich nämlich auch schon mal getürmt. Wenn ich mich recht entsinne. Ist aber schon ein bisschen was her. Hallo, mein Freund. Okay, da steht uns genau gegenüber. Ich glaube, wenn er jetzt ein bisschen Berserker macht. Hat dir was Falsches gegessen? Ich glaube, ich habe alle drei getötet. Ja. Gut, gut, gut. So. Ah, da war mein Artefakt. Das haben wir aber schon mitgenommen. Als wir das erste Mal hier waren, bestimmt. Ja. Okay. Okay. Das habe ich doch eine Berserker-Pfeil gegen den genommen. Ich wollte eigentlich einen normalen Pfeil nehmen gegen den. Scheiße, schnell weg. Es gehört dem Aufzähler. Sicher hat er den Schlüssel bei sich. Scheiße. Ja, jetzt muss ich normal kämpfen gegen den. Das lief scheiße. Jetzt habe ich meine Unterstützung getötet. So, jetzt aber. Ja, ihr könnt doch eh nichts. Ihr gehört alle eher mir im Moment. So, jetzt geben wir mal eben den Schlüssel. Okay, ihr habt den Schlüssel. Jetzt holt euch das Notizbuch. Oh, oh. Notizbuch ist wieder weiter unten, ne? Ja, komm, wir rennen mal runter. Ach, Moment mal. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht einfach so hier liegen lassen. Ist ja auch wichtig, ein bisschen aufzuräumen. So, hier ist auch keiner. Kann ich den durchs Glitter töten? Wahrscheinlich nicht, ne? Moment. Tja. So sieht's aus. Dann beschaffen wir uns mal das dämliche Ding. Oh, ich seh gerade. Da hinten ist noch ein, äh, ein Punkt zu besorgen. Seht ihr, hier ist nämlich ein weiterer Synchro-Punkt. Äh, das ist nur die Frage, wo ist der denn genau? Oh, weiter hoch komme ich da aber nicht. Hier unten ist der aber bestimmt auch nicht. Der ist bestimmt oben. So, da kommen wir nicht durch. Durch das Tor können wir jetzt auch nicht klettern. Gibt's hier ein Fenster nach vorne? Natürlich auch nicht. Aber müssen wir bestimmt aufs Dach führen, oder? Stopp. Ich kann mal bestimmt markieren, dann weiß ich genau, wo der ist. Oh, der ist sogar unten. Okay, dann gehen wir halt runter. Weil wir müssen doch noch Paton finden. Da hinten ist der. Also gehe ich mal einfach davon aus, dass man hier außen rumlaufen kann, oder? Hallo, Obdachloser. Sehr schön. Zweiter Synchpunkt freigeschaltet. Unten durch. Lauf, 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 lauf. Lauf. Wir sind mal aus dem Gebiet raus, vorne. Genau, hüpfen wir rüber. Paton ist 180 Meter entfernt. Sollte er jedenfalls sein. Wir haben das Innenplan einer Ablenkung, aber es gibt sehr viele Templer hier. Schaltet sie erstmal aus. Hm, ich glaube, ich habe es im letzten Video doch noch drin gehabt. Ah, okay, da ist einer der Templer. Und wenn ich es schon mal letztes Mal gemacht habe, dann tut es mir leid. Ich war jetzt nicht mehr ganz im Bilde. Wir haben es schon ein bisschen später. So, da oben ist der nächste Templer. Du musst halt aufpassen. Hier sind doch überall Schützen, ne? Wo steht der? Der steht da ganz oben. Wundervoll. Habe ich nämlich gedacht, dass der denn da kommt. Da müssen wir hier lang. So, jetzt hat mich der Templer zwar da unten auch gesehen, aber vor dem kann ich ja noch abhauen. Da ist alles zu weit weg. Von hier reiche ich dir nicht. Ah, wie ich es hasse. Dann machen wir es halt so. Tut mir leid, Templer, aber... Du störst mich gerade. Hm. Okay. Blaue Kiste gleich doofe Kiste. Oh, jetzt seid mal ganz entspannt. Ich habe euch nichts getan. Aua. Weg, 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 weg. Hier kommt die Ablenkung. Haltet euch bereit, Patroule rauszuholen. Du gehst nirgendwo hin. Trink ihn zur Strecke. Toll. Jetzt habe ich die Ablenkung so schön mitbekommen. Und der letzte Templer, der wurde anscheinend aus Versehen getötet unterwegs. Ist auch egal. Tod ist Tod. Und wenn ich das schon mal gemacht habe, dann habe ich wenigstens den weiteren Sync-Punkt hier bekommen. Hm, eine Dirndl-Frau. Eine Straßendirndl. Komm, lauf, 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 lauf. Vorwärts, 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 vorwärts. Irgendwo. Irgendwo hört sich schon gut an. Vor allem hört sich irgendwo so an, als wenn das relativ leicht ist, für mich hier reinzukommen. Soviel dazu erstmal. Ganz entspannt. Schalten wir erstmal die ganzen Wachen hier oben aus. Schützen sie nämlich immer das Elend. Und ja, es sieht so aus, wie es aussieht gerade, dass ich hier einfach nur durchmetze. Komm, geh weg. So, hab mal keine Angst. Jetzt ist er... Vorsicht. Gut, da haben wir den auch erwischt. Genau, er muss doch hier irgendwo sein. Guck, da kommt schon wieder einer hinter mir. Komm ich hier unten rein irgendwie? Nö. Oh, da ist ja noch eine Kiste zum Aufmachen. Au. Ich hab keine Angst vor euch. Vor allem, ich mach einfach so. Dann zeig ich euch, wo der Haken hängt. So, mal ganz entspannt da oben. Ich knack erstmal die Kiste. Vor allem verschwunden, ohne irgendwas zu machen. Geh weg. Ach, der da oben hat mich gesehen, ne? Hm. Hallo, Freunde. Wo ist denn? Ich würde ja sagen, ich hab's extra gemacht, damit ich ein Healthpack noch krieg hier. Aber ich hab's einfach nur verkackt. Ah, verdammte Hacke. So, wenn dann haben die mit dem Speer wahrscheinlich einen. Hat der ein Loch in der Seite? Ja, der hat auch noch Rauchbomben. Jetzt hab ich eigentlich alle Wachen schon getötet. Ah, sehr schön. Wo ist denn der nächste Abstieg? Da hinten rechts. Ja, wollen sie auch. Ja, guck mal, da kommt sogar noch Verstärkung. So, der Schütz hat dich gesehen. Geh weg, geh weg, geh weg. Ah, schön. Hier ist ein Runter. Ein Gang nach unten. Zwar verschlossen, aber das sollte ja kein Problem sein für mich. Schlösserknacken ist die beste Investition gewesen von Anfang an. So, Patan. Wo bist du? Na? Ach, läuft schon falsch. Hallo, lieber Mensch. Was kann ich für euch tun? Patan ist den Assassinen beigetreten. Schöne Rettung. Alles geschafft. Dritte Belohnung bekommen. Vier Sinkpunkte. Und abgeschlossen diese Koop-Mission. Und dann sag ich Tschö, Freunde, bis zum nächsten Mal. Wenn wir die nächste Koop-Mission machen, nicht es werden Köpfe rollen, sondern eine andere. Bis dahin. Ciao. Euer Doc. Ich bin drauf. Ja. Bis jetzt.